Hallo Freunde, ich bin Thomas Gollop, also ich bin ein YouTuber mit Stil, das heißt ich mache nicht irgendwelche Videos, sondern besondere Videos. Und meistens kommen da drin Kaleidoskope vor, wie zum Beispiel das hier. Und das hier. Und da drüben habe ich noch ein Kaleidoskop. Und das hier herausrichten. Und das hier. Weil das will eine eigene Art von Kunst sein. Und ich will hoffen, dass ich da einige Likes bekomme. Weil es ist nämlich so, ich habe gern Kaleidoskope, das ist entspannend. Aber es passt auch zu verschiedenen Effekten. Zum Beispiel zu Dubstepmusik oder vielleicht Technomusik. Das passt einfach. Und jetzt hoffe ich, dass ich einige Likes bekomme, weil ich will mehr von solchen Videos herausbringen. Und je mehr Likes ich bekomme, desto mehr Videos werde ich bringen. Weil ich dann selber weiß, das kommt gut an. Und ich hoffe, das wird auch gut ankommen. Weil wir nämlich, weil ich das nämlich, das strenge ich mich sehr an. Es ist viel Arbeit, aber es soll sich auch lohnen. Also hoffe ich, dass wir einiges auf die Reihe bekommen werden. Und aus Kaleidoskope kann ich eine Kunst präsentieren. Und das ist wirklich interessant. Also ich hoffe, dass ihr liked. Das war eine kleine Vorstellung von den Werken, die ich mache. Von der Kunst. Also viel Spaß beim Ansehen. Und hoffentlich bekomme ich einen Daumen hoch. Oder ein paar Daumen hoch. Vielen Dank. Und viel Spaß.